Was ist daran nicht zu verstehen? Ich kann nicht sagen. Treiben! Ja, wie soll ich nicht treiben? Soll ich hier die Kamera hinterher schmeißen? Nee! Kann ich ja gleich 300 Euro hinter meinem Pony her schmeißen. Lauf! Lass mal stecken. Was? Das ist mein voller Ernst. Die kostet 300 Euro. Oder hat zumindest gekostet vor einem Jahr. Ja. Ja, vielleicht. Mir doch Wurst. Lauf, komm! Beine, Pony! Genau, und immer wenn Turina kommt, müssen wir ein bisschen so tun, als würden wir uns aufregen. Und scheeeeeen! Super! Und zwar? Du nimmst Helma. Sie hat... Lauf bitte, Pony! Lauf bitte, Pony! Sonntag was getan! Ich dachte, du hast ja auch was getan. Du kannst ja besser mit Paul was machen. Sabrina Scheret! Fein! Und Tera! Huch! Gut! Das Pony! Tuck! 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 Akku vorher aufladen sollen. So, komm! Und Brina, galopp, komm! Galopp! Galopp! Galopp, komm! Komm! Gut, aber das ist außen. Und galopp! Ja, fein! Ich filme! Galopp, komm! Galopp, Pony! Fein! Und hey! Super! Was kriegst du? Was kriegst du? Kauf dir besser eine Kamera! MB oder was? Das ist noch nicht viel! 300 Fotos? Ach so, Fotos! Mann, sag das doch! Fein! Küch! Hier, Ritter! Und Haaaaaalt! Miau! Hallo! Tschüs!